Mit neuen Zwei-Emojis gibt es jetzt auch noch. Neue Zwei-Emojis zum Mitgliedern. Warum bin ich so lost heute? Oh, da liegt eine Waffe. Und da merkst du auf einmal, da hat jemand den Weg genommen. Und da rätst du sofort weg. Neue Zwei-Emojis. Nein. Der war schon nicht bei dir sterben, ich hab nicht, echt nicht wieder Leben. Alter. Danke. So Ehre. Das sind Ehre-Mamäle. Wenn du in der Luft trefft. Na, na, na. Na, da kriegst du den Headshot. Benboy. Wenn du in der Luft triffst, dann nimm ich da leere, Mann. Der wollte sich raushacken. Was passiert, was passiert. Ich editiere. Er gibt mir noch einen Abschlag, weil er sich raushacken wollte. Alter. Ne. Aber nur dumm, Dig. Das trifft doch einfach in der Luft, der größten Lucky Boy ever, Mann. Wenn du in der Luft triffst, dann nimmst du in der Luft, der größt, der größt, der größt, der größt, der größt, der größt. Was macht der da? Und ich mein, dass WTF ist hier, mach ich wieder zurück. Das mein ich zurück. Aber diese Banane, was hat sie da gemacht? Sie hat sich hochgeschleudert. Gute Hits. Ich hab's gesagt, jetzt läuft es. Jetzt läuft es genau auf den perfekten Rasen, Digga. 15 Punkte. Es läuft. Es läuft, Mann. Nicht mehr so viele Pro Player. Sonst ist ja eigentlich alles verlaupt. Meist sind hier bei mir für mich die Pro Player halt. Die PC Player. Gemeins. Die Player sind ja auch die mega cool aus. Wie lange? Hallo, wie lange? Wie lange? Wie lange? Wie lange? Wie lange? Ben. Mit der Sniperhut? Oh mein Gott. Hey, ich will einen Punkt, wo bist du? Wo ist er denn? Dahinten! Hinterher! Wo ist er jetzt? Auf einmal. Bitte ist er hier drin. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Digga! Komm wieder! Komm doch eigentlich wieder! Digga, diese Memme! Sein Mann! Und kämpfe irgendwie! Sein Mann, Digga! Endlich! Endlich habe ich ihn! Er ist direkt vor mir! Endlich habe ich ihn! Du kleiner Abhauer! Echt! Und das einzige was er hatte war eine Dur-Pistol! Erreiche die Top 25-20 Punkte! Thatatatatatatat! 7 7-Jähriger Pro spendet 20 Euro für Klasse Emojibull und 7-Jähriger Pro spendet nochmal 100 Euro das ist ein Geschenk von mir für dich danke für die Spende Ehre Mann Digga Echt viel Echt viel Mann da schreibt schon jemand 100 Euro 100 Euro Find ich wirklich auch krass Digga Ooooooooaahhhh Retail Komm triff Ich will dass das Mann trifft Digga Ich hab bis jetzt noch Ich habe noch keinen Schuss von 200 Metern getroffen. Ich habe mal einen No-Scope mit Ballon getroffen. Also einen Ballon mit der Sniper zusammen und dann habe ich den No-Scope. Ich habe einen Steamdiggle. Digga, was ist das? Ich war zu angespannt. Die Runde ist so geil, Mann. Die Runde ist so geil, ne? Ich habe 24 Punkte. Ich steige gleich in eine weitere Division, Mann. Ach, du geile Scheiße. Ich steige gleich in eine Division, Mann. Einfach nur. Ich steige gleich in eine Division. Ich habe nur eine Runde gespielt. Acht Kills. Das ist eine... In einer Runde habe ich 13 Punkte bekommen. Das ist eine Runde, 13 Punkte. What? What? What the heck was that? That road is so good. Oh, das Turnier ist doch nicht so schwer. Also Arena Sun ist so schwer. Da hatte ich wohl gerade wirklich viel Unglück mit dem Pro-Player. Aber jetzt läuft das wieder. Aber jetzt läuft das wieder. 24 Punkte. Einen Punkt für die Divisionssteigerung. Da brauche ich nur noch einen kleinen Ben und fertig. Das war einfach das Beste. Und Ben. Das wäre wie ein Geschenk für mich. Und Ben ist ja praktisch schon ein Geschenk. Weil er ja gar nichts kann. Du kannst ihn wie sie umbringen. Du kannst ihn wie ein Geschenk umbringen. Du kannst ihn wie ein Geschenk umbringen. Du kannst ihn wie ein Geschenk umbringen. Das ist krass. Ist das krass, Mann. Bei. Bei den. So. Wir müssen nur noch da hin. Und da kann ich loslegen. Kann ich loslegen. Ich höre schon, dass er am ersten gern fällt. Der direkt vor mir ist. Wenn ich einen Kill mehr abgüse. Dann hab's. Das ist ja. Es ist es. Divisionssteigerung. Ja. Das ist es, Leute. Divisionssteigerung. Was ist da? Was ist da? Was ist drin? 26 Punkte. Das ist eine Runde. Die Spiele. Ich find's. Ich krieg so viele Punkte, Mann. Grüße. Alles klar. Ich krieg bald den nächsten Platzierungspunkt, wenn ihr es wissen wollt. alles. Oh mein Gott. Damn it. Ach nee. Ich lass mich doch in Ruhe. 12. 12 Kids. Nee. Das ist meine beste Runde meines Lebens, Mann. Die beste Runde meines Lebens. Ey. War noch nie so gut in meinem Turnier. Noch nie. Ich war noch nie. Ich war noch nie so gut in Turnieren. Dicke. 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 nicht jemand muss muss man ja immer an diesen kacken wenn das so auffällig neben dem blutstopp steht da kann alles sein so sniper p90 brauche ich bittes brauche ich ich hab da weiß ich wenn ich das noch gewinne ich ich weiß nicht ich weiß echt nicht mehr wenn ich das gewinne bitte no pc die 13. Brut. 13? Ich meinte 13 Kills, Mann. 13 Kills. Das ist nicht zu fassen. Das ist nicht mehr zu fassen, Digga. Ich weiß nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Wo bist du, Lelec? Wo sind die beiden Lelecs? Lelecs. Das ist nicht mehr zu fassen. Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das? Letzter Gegner. Das kann 16 Kills in einem Turnier werden. Was ist das? 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 Was ist das?